Ich habe hier einen Junge, der heißt Marcel. Der ist echt ein netter Junge, aber der ist zu nett, Mann. Mach mal aus dem einen richtigen High One! Du kannst mir da auf jeden Fall weiterhelfen, damit sich so ein bisschen was bei mir tut. Der klassische Weg ist definitiv der falsche. Das ist der Neue. Das ist der Agit. Er ist Profiboxer und ein Musterbild eines High Ones. Vergiss alles! Vergiss alles! Du lernst die Kunst des High One-Seines. Ey, warte, Alter! Du bist okay, Sie? Da kriegst du eh alles umsonst. Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas umsonst kriege. Es geht um die Kriminalität und das High One-Sein, das ich versprühe. Ja, High One! RAP REBELUCION RAP REBELUCION RAP REBELUCION RAP REBELUCION RAP REBELUCION RAP REBELUCION RAP REBELUCION